Hallo Hans. Hallo Merath. Es freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, einige Fragen zu deinen Synchronarbeiten zu beantworten. Gern. Und ich würde sagen, wir fahren mal direkt mit der ersten Frage an. Bitte sehr. Wie wurdest du Synchronschauspieler? Das bin ich relativ spät geworden in den Ende der 80er Jahre. Da war ich ja schon etwa 40. Und also so 87 rum. Und ich war ja vorher Schauspieler und habe am Theater halt fast, also 17 Jahre schon am Theater gearbeitet und habe mich aber immer schon für Sprache interessiert. Und als ich dann als freiberuflicher Schauspieler in München tätig, mich nach München begeben habe, um dann nach 15, 16 Theaterjahren frei zu arbeiten, war mir ja klar, dass ich nicht nur vom Theaterspielen leben kann, sondern dass ich jetzt mich sozusagen breiter aufstellen muss. Und da gab es ja in München noch viele Synchronfirmen, also die FSM und die Betasynchron, da in Unterföhring. Und ja, und da bin ich dann halt hingegangen und habe irgendeinen Kollegen gefragt, sag mal, oder sagte mir der, ja, da sind die und die Studios und da gehst du mal hin. Und dann habe ich da ein paar Mal zugeguckt erst mal und dann habe ich halt auch beim Aufnahmeleiter, damals waren die Aufnahmeleiterbüros noch vollgehängt mit Fotos der Synchronsprecher. Und dann habe ich also mein Foto mitgebracht und da wurde ich da auch irgendwo, ja, hier hängen wir dich hin. Und dann ging das los. Und das ging in der üblichen Weise los, dass man halt sehr viel Ensemble macht oder halt irgendwie ein, zwei Takes. Mein erster Take war ein Zeitungsausrufer. Also das war, dieses Honorarblatt habe ich, glaube ich, bis heute mir aufgehoben. Das war ein Zeitungsausrufer, der einfach nur zu sagen, rufen hat, extra Blatt, extra Blatt irgendwas, Königin von sowieso gestorben oder irgend sowas. Und ja, so fing es an. Was muss man beachten, wenn man eine Figur spricht? Ach, gar nicht so viel. Also man muss, im Grunde ist das ja Imitatio. Also das ist, das klingt ein bisschen blöde oder klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, weil man imitiert nur, in Anführungsstrichen, es ist aber, wir sind ja dauernd am Imitieren. Und wir lernen ja unser Verhalten dauernd durch Abschauen, durch als Kinder schon, durch irgendwo, durch Vorbilder und durch die Umgebung, in der wir sind. Und also wenn du jetzt ein musikalisches Gehör und Gefühl hast und dann hörst du das Original, wobei bei einem Chinesen oder Japaner, der macht, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber du hörst trotzdem eine Intention heraus. Und du siehst ein Bild, dann siehst du noch am Gesicht, wie der offenbar verfasst ist, ob der schreit, ob der zurückgenommen und sozusagen intensiv, aber leise ist. Ja, und dieses Bündel, wenn du 20 Jahre praktisch Theater gespielt hast, fällt dir das ja nicht schwer. Früher am Theater haben ja viele Regisseure, die Schauspieler waren oder so, haben dir ja oft was umständlich erklärt haben, pass mal auf, da musst du dran denken, wenn du so, und so, dann denkt man, ja, ja, aber wie mache ich es? Dann sagen die, nee, schlagen den Ton mal kurz an und dann weißt du sofort, ah, da geht die Reise hin. Und insofern ist es also im Synchronstudio auch ja oft so, dass man sagt, hören wir nochmal O-Ton. Und der O-Ton liefert dir die Information, etwas nachzuspielen. Und das ist aber trotzdem der Raum deiner eigenen, wie soll ich sagen, der Raum, den du selber noch zur Verfügung hast, der ist gar nicht so klein, wie man denken würde. Wenn ich den nur nachmache, dann ist das leer irgendwie. Ich muss das schon füllen. Also es ist eigentlich, wenn man darüber redet, ist es schwierig, im Prinzip ist es aber ganz einfach. Und beurteilt wird es nur von dem Regisseur und den Leuten, der Katharin, die das den ganzen Tag machen. Und die hören sofort, das ist brauchbar oder das ist gut oder es ist es nicht. Wenn ich, also die Katharin achtet darauf, dass es in Grenzen, in den Grenzen des Möglichen reinpasst, in den Tag oder in diese Vorlage. Und der Regisseur hat ja den ganzen Film sozusagen vor sich und baut es vom Ton her, vom Spiel her ein. Es ist eine Art von Imagination. Ich tue so, in meiner Fantasie bin ich diese Figur. Oder versuche diese Gefühle auch vor allem. Beim Weinen ist es vielleicht noch am einfachsten und trotzdem muss Weinen glaubwürdig sein. Wenn ich nur Hörer mache, dann ist das nicht geweint. Dann ist es nur so getan, als ob. Und das ist in den meisten Fällen nicht verwendbar. Hat dir eine Rolle von Mr. Turner aus Cosmo und Wanda etwas besonders gefallen? Also sie war immer eine besondere Herausforderung. Dieser Dad, das ist ja eine verrückte Serie. Ich glaube, wir alle wussten ja am Anfang nicht, ich weiß gar nicht, wann das begonnen hat, vor zehn Jahren oder so. Wir wussten ja alle am Anfang nicht, dass das doch irgendwie so ein Renner werden würde. Also es ist ja dann auch, viele junge Leute kannten diese Serie, also was weiß ich, zehn, elf, dreizehnjährige Kinder. Und es wurde immer auf allen möglichen Kanälen ja gesendet. Und mir erschien es am Anfang halt doch, das Tempo war enorm, das Schnitttempo dieser Einstellungen da. Und dann natürlich auch die, wie soll ich sagen, dieser Mix an Bezügen eben, ja, sogenannter kultureller Art dieser Turner. Und sein Kind da, der Tempo ist, die sind ja durch, sozusagen wie Faust, durch sämtliche Epochen marschiert. Und in sämtlichen Welten unterwegs gewesen, die man sich nur vorstellen konnte. Und insofern schien es mir am Anfang doch also sehr ein wirres, heftiges, temporeiches Ding. Und dann dachte ich mir, naja. Aber es hat funktioniert und es war halt immer anstrengend, weil vielleicht der deutsche Text immer ein bisschen mehr Worte hat als die englische Vorlage. Und da musste einiges reingequetscht werden. Und das war dann schon, da wusste man dann schon, was man gemacht hat, wenn man so ein paar Folgen hintereinander abgearbeitet hatte. Und sonst aber, also die Figur war ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht jemand, wo man sagen kann, der ist unsympathisch. Also der im Gegenteil, das ist ja ein Leitgeprüfter von Ungeschicklichkeiten und Umständen, die gegen ihn sind. Und, wie soll ich sagen, geplagter Mensch. Und insofern kann er einem ja sehr nahe sein und irgendwo auch sympathisch werden. Hat dir eine Rolle von Raiden aus Mortal Kombat etwas besonders gefallen? Müsste jetzt nachdenken, was das für eine Figur war. Und das ist ja ein Computerspiel gewesen. Und ob ich da sozusagen nur auf einem Ton irgendwo mehr oder weniger schreiend durch die Welt marschiert bin oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Und hier haben wir ja eine ganze Zeit lang eigentlich recht viele Computerspiele gemacht. Also auch von Ubisoft und so, hier bei Krauthausen. Und das waren mitunter auch interessante und schöne Sachen. Also, aber diese militärischen Computerspiele da, diese, die sind dann doch ein bisschen, sagen wir mal, eindimensionaler gewesen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Kannst du dich mit einem der zwei Charaktere identifizieren? Man identifiziert sich eigentlich, wenn man es spielt, mit jedem Charakter. Das mag sein, dass man die Schwierigkeiten, die man hat und warum man eine Figur vielleicht hasst, ist, weil sie sich in der Synchronisation, weil es sozusagen, weil es schwierig ist, den irgendwie zu synchronisieren. Aber jetzt von der Einstellung her muss man mit einer gewissen, muss man in sich selber Seiten und Aspekte aktivieren. Wie gesagt, sonst geht die Glaubwürdigkeit flöten, finde ich. Also wenn der halt, wenn das halt ein Arschloch ist, dann muss man halt einen Moment lang Arschloch sein. Und jeder Mensch ist alles. Hast du eine Traumrolle? Ich werde ja auch immer älter besetzt, was ich auch nicht immer so lustig finde. Und also insofern sind die Wünsche, ich bin da nicht ganz frei von Wünschen, aber trotzdem, die Wünsche sind realistischerweise, sind die halt nicht mehr, wie soll ich sagen, himmelstürmerisch. Also ich habe ja nicht die Karriere noch vor mir, sondern sie ist hinter mir. Also und auch die Ansprüche an sowas wie Karriere werden ja dann im Alter doch eben geringer. Und dann sagt man sich, naja gut, ich bin irgendwie ganz leidlich durchgekommen, also jetzt bringen wir es noch irgendwie zu Ende. Und dann gucken wir mal. Also um das auch noch zu sagen, wegen der Wunschrollen oder der sozusagen schönen Rollen, die man ja mitunter vielleicht auch kriegt und die, wo man dann denkt, mein Gott, das muss ich jetzt sagen, da habe ich da und da mitgesprochen und wenn ihr das seht, an Weihnachten kommt es, dann das bin ich oder so. Sagen wir mal, man muss ja sehen, Köln ist ja Synchronprovinz. Also es kommen ja hier nicht die ersten Filme her. Und insofern wäre das was anderes, wenn ich, sagen wir mal, in Berlin wäre oder in München noch. Bis 97 war ich ja in München mehr oder weniger. Viel auf Tournee gewesen, aber ich habe ja da gewohnt. Und da sind natürlich, also da wären dann natürlich Filme, die man synchronisiert oder die einfach anspruchsvoller sind. Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich da bei diesem Robert-Redford-Film die Akte Grant in München mit synchronisieren konnte. Da eine hübsche, prägnante, kleine Rolle da, so ein Universitätsprofessor. Und ich muss mir jetzt irgendwann mal die DVD besorgen, weil ich das, ich habe das ja nicht mal im Kino, habe ich es nicht gesehen. Und, aber das ist jetzt, sagen wir mal, etwas, was einfach dann doch eine andere Wertigkeit hat, als wenn ich in so einem Mortal Kombat Film oder Spiel da nur, ich weiß wirklich eben, wie gesagt, nicht mehr genau, was war das für eine Figur. Vielleicht war die ganz, auch vielleicht für jüngere Leute ganz interessant irgendwie, eine interessante Figur. Ich weiß es nicht mehr, aber sowas, sagen wir mal, ist für mich dann irgendwie doch so eine Art kleiner Erfolg, dass man in so einem Hollywood-Film drin ist, als ein Sprecher, der ja hier in Köln, wo diese Filme an uns ja vorbeigehen. Also es gibt ja, es vergibt ja niemand einen großen Hollywood, guten Hollywood-Film nach Köln, um ihn da zu synchronisieren. Der wird natürlich in Berlin oder in München gemacht. Aber eben, wie gesagt, ich habe auch noch ein paar Kontakte eben auch nach München. Und es waren ja auch oft Berliner Regisseure hier bei Splendid. Und dann kommt man da halt auch mitunter in so einen Film rein, der hauptsächlich da in Berlin gemacht wird vielleicht. Wer sind deine Vorbilder? Natürlich ist man als junger Mensch in meinem Jahrgang, ich bin Jahrgang 47, ist man natürlich groß geworden mit Leuten wie Marlon Brando, Kirk Douglas, John Wayne. Und das waren jetzt keine Vorbilder, aber irgendwie haben mich auch diese Filme auch, das will ich mal ein hohes Wort nennen, auch ethisch geprägt, insofern als eben, da ja die Welt scheinbar noch in Ordnung war. Und der sozusagen der Gute, auch wenn er am Ende, was bei Kirk Douglas ja auch oft war, der hat ja auch oft den Kürzeren gezogen, hat sich zwar irgendwie durchgesetzt, aber es doch irgendwo, zum Beispiel in diesem Film El Perdido mit Rock Hudson und Lana Turner, glaube ich, wo er sich sozusagen fast opfert. Also wie gesagt, diese Art, es gab so eine, in diesen alten Filmen gibt es so eine Art Moral, von der ich doch sagen würde, dass sie irgendwie einen prägenden Einfluss auch auf mich gehabt hat. Also, ja so eben irgendwelche Tugenden, die man ja im Leben nicht immer durchhalten kann, aber, also dass man eben, ja, eben einfach ein aufrechter, ehrlicher, hilfsbereiter Mensch ist, sagen wir mal so. Hast du deine Lieblingsfilme? Einer meiner Lieblingsfilme, also mein Lieblingsfilm, überhaupt filmisch gesehen, ist Citizen Kane. Ein Western wie Zwei rechnen ab, von John Sturgis, mit Kirk Douglas und Burt Lancaster. Aber einer meiner Lieblingsfilme ist Viva Zapata, von Elaya Kazan, wir haben früher immer Elia gesagt, also Elia Kazan, mit Marlon Brando und Anthony Quinn, der dafür, für diese Rolle, er spielt den Bruder von diesem Emiliano Zapata, hat er den Oscar auch bekommen, Anthony Quinn. Der hat ja jetzt irgendwann, dieser Tage vor 100 Jahren ist der geboren worden, der Anthony Quinn. Ein mexikanisch-indianischer Herkunft ist dann eben mit Familie oder mit seiner Mutter oder Vater oder was, ist er dann nach Amerika, so wie heute die Boat People fast, ist er da hin ausgewandert und hat halt doch eine große Karriere gemacht, filmisch in Hollywood. Und ja, also dieses Viva Zapata finde ich einen tollen Film. Und ja, sonst, ja, also es gibt eine Reihe von Filmen heute, die mir schon auch gefallen. Also, ich bin eigentlich kein Quentin Tarantino-Fan zum Beispiel, aber sein Film Jackie Brown gefällt mir sehr, ist ein ungemein spannender, gut gemachter Film. Ewig lange Dialoge und diese langen Dialoge spannend zu inszenieren, was übrigens auch der Regisseur, der Film mit Robert Redford, Sidney Pollack, sehr gut kann, also einen dialogreichen Film spannend zu inszenieren. Und sowas gefällt mir gut, wenn das jemand, wenn da ist ein großes Können dahinter und das bewundere ich dann. Und solche Filme gucke ich mir dann auch öfter an. Sprichst du lieber die guten oder die bösen Charaktere? Es ist schön, wenn man überhaupt was sprechen darf. Das kann eine ganz schwierige Sache sein und dann sagt man, ja, wir können das machen. Und wenn man dann auf mich kommt, dann ist das eine Ehre oder das ist eine Auszeichnung. Und insofern kann ich dann nicht sagen, das ist aber ein Arschloch, den will ich gar nicht sprechen. Dann muss ich sagen, dann sagen wir, jetzt pass mal auf, das wird jetzt hier schwierig. Und jetzt muss man, was machen wir jetzt? Versuch es mal. Und dann, ja, und dann ist das doch was, wenn man sagt, wir haben keinen gefunden. Du musst es machen. Was sind deine aktuellen Projekte und wo kann man dich demnächst hören? Also da jetzt nicht irgendeine Serie ansteht, wo ich sage, da habe ich das nächste halbe Jahr oder Jahr zu tun. Wir machen ja hier auch bei Splendid auch und oder in anderen Studios viele Dokumentationen. Und es gab jetzt hier bei Splendid so eine Doku, die läuft irgendwie auf RTL, auf so einem Digitalkanal, der verschlüsselt ist, über Heidi Klum hat auch in Amerika irgend so ein Project laufen, wo irgendwelche Designer gesucht werden. Und da habe ich den Tim hier gesprochen. Das ist der, der da dieses mit Heidi zusammen das also geleitet hat und so. Also eine, ja, Figur, halt so ein typischer Mode-Typ, so ein bisschen, naja, ein bisschen tuntig. Na, tuntig war er gar nicht, aber irgendwie halt doch ein bisschen, wie diese Leute halt sind. Und hat mir aber Spaß gemacht. Ich meine, ich habe ihn auch stimmlich, das ist ja jetzt was anderes. Also den mache ich, das ist ja nur VO, also Voice-Over. Also da muss ich den ja nicht imitieren. Und trotzdem muss irgendwie, finde ich, eine Klangähnlichkeit, eine Intonationsähnlichkeit da sein. Also das, und ich denke, manchmal habe ich es ganz gut getroffen. Also hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, man muss in diesem, wenn du ein freiberuflicher Schauspieler bist, dann musst du halt dich breit aufstellen. Und auch, ob dir das gelingt, das ist dann auch nochmal ein bisschen vom Glück abhängig. Und insofern, wenn man also zu tun hat und ganz gut oder einigermaßen über die Runden kommt, dann ist das eigentlich ein schöner Beruf. Also es ist wirklich, es ist ein kommunikativer Beruf. Man kommt mit vielen verschiedenen Leuten zusammen. Und es ist, man ist irgendwie, die Medienwelt hat ja auch eine Faszination. Und da ist man dann mit dabei und das, das, das ist was. Also, ja. Und wie es weitergeht, mal gucken. Nach vorne, also wie gesagt, es zeichnet sich da nicht irgendwie was ab, weil diese Entscheidungen, ich bin ja nur, in Anführungsstrichen, der Sprecher. Also die, ich weiß auch gar nicht, hin und wieder spricht man mal mit einem Regisseur oder hier bei Logosynchron mit dem Bernd Lutzer, sagt der vielleicht, du, wir haben da was in Aussicht, wenn wir das kriegen, dann ist da eine schöne Sache für dich dabei. Aber mehr erfahre ich da im Grunde auch nicht. Welchen Tipp kannst du den Nachwuchs-Synchronschauspielern auf den Weg geben? Also früher waren ja Synchronsprecher meistens Schauspieler. Das ist heute gar nicht mehr so der Fall, glaube ich. Und wenn also jemand Schauspieler ist und ein Interesse hat an Ausdrucksmöglichkeiten nur durch die Stimme, dann ist das Synchrongeschäft eine wunderbare Sache. Und wichtig ist, dass man musikalisch ist. Also eine gewisse Musikalität muss man mitbringen und halt auch eine Ausdrucksvielfalt haben. Und ein normaler Sprecher, der kein Schauspieler ist, hat, wenn man jetzt sagt, ich bin Nachrichtensprecher oder sowas, also es gibt Sprecher, die haben eben diese Spielbreite im Spiel, die Ausdrucksmöglichkeiten im Spiel, im Herstellen von Situationen, haben die nicht. Und das würde ich für einen Synchronsprecher, wenn er Schauspieler ist, sagen, Spiel Theater, versuche mit Umgang mit Texten zu erlernen, mach Erfahrungen im Durchspielen und das kannst du dann einbringen in die Arbeit vor dem Mikrofon. Was ich auch am Anfang falsch gemacht habe oder wozu man neigt, man denkt immer, tolle Stimme, muss ich auch so sprechen. Und das ist im Synchron nicht nötig und auch falsch. Also es gibt ja Tambors, die wirklich toll sind, auch in diesen alten Filmen. Wilhelm Borch hat den Alec Guinness synchronisiert. Ein toller Sprecher. Oder den Max von Südow, also der ist schon tot, weil wir von den alten Filmen ja auch gesprochen haben. Diese Berliner Sprecher und Schauspieler da in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren vom Schillertheater, die Stimmen haben alle was, aber das kann man nicht nachmachen und sagen, jetzt mache ich meine Stimme mal besonders oder so. Das ist Käse. Obwohl man natürlich im Computerspiel, die Stimme verändert sich durch die Figur schon, in die ich mich einfühle. Und man muss dann nicht toll klingen. Möchtest du deinen Fans zum Abschluss noch etwas mitteilen? Ich freue mich eigentlich über jeden Fan. Oder sagen wir mal, es macht ja Freude zu hören, dass jemand sich überhaupt für eine Stimme, oder für einen Schauspieler, den er nur von der Stimme her kennt, interessiert. Insofern fühle ich mich geschmeichelt durch solche, wie soll ich sagen, durch solche Anfragen oder so. Hin und wieder kommt es ja auch vor, dass jemand einen Autogrammwunsch hat oder so. Also ich finde das immer, ich finde das eigentlich eine schöne Sache. Und ja, meinen Fans, ich hoffe, ich kann den Fans, die sich an mir erfreuen, noch in Zukunft ein bisschen Freude auch bieten. So, dass wir beide gemeinsam auf diese Weise miteinander kommunizieren. Danke, Hans. Ich danke. Danke fürs Zuschauen. Du hast Lust auf weitere Interviews? Dann schau dir mal das Interview mit Santiago diesmal an. Die Stimme von Spongebob. Und Marco Kröger. Die Stimme von Patrick. Wenn du künftige Interviews mit Synchronschauspielern sehen möchtest, klick auf Abonnieren. An dieser Stelle sage ich mal Tschüss und wir sehen uns im nächsten Interview wieder. Euer Sanjay. Bis zum nächsten Mal.